Meine Oma hat immer gesagt, wenn das Arschall bummt, ist das Herz gesund. Meine Oma hat immer gesagt, wenn das Arschall bummt, ist das Herz gesund. Im Kino, in der Stille, wo jeder leise atmet. Da merk ich plötzlich, mein Magen zerknattert. Ich sitz da und hoffe, es bleibt nur ein Gefühl, doch der Druck wird stärker. Es ist was zu viel, wenn es ein leiser oder doch ein lauter Knall geruchlos. Hoff ich, ob es nicht gefällt, der Bauch drückt, das Herz schlägt schneller. Meine Oma hat immer gesagt, wenn das Arschall bummt, ist das Herz gesund. Und lass liegen, was nicht laufen kann. Manchmal muss raus, was man nicht halten kann. Meine Oma hat immer gesagt, wenn das Arschall bummt, ist das Herz gesund. Mein erstes Date, es läutet so perfekt. Doch mein Bauch, der drückt, die Zeit scheint verreckt. Ich versuch, es zu halten, doch es will nicht mehr. Es kommt, wie es kommt und ich hoffe, es bleibt fair. Oder flirrt es, ein Tristan, das niemand sterbt. Oder ein Donner, der alles zerstört. Der Druck ist enorm, doch was soll ich tun? Meine Oma hat immer gesagt, wenn das Arschall bummt, ist das Herz gesund. Meine Oma hat immer gesagt, wenn das Arschall bummt, ist das Herz gesund. Meine Oma hat immer gesagt, wenn das Arschall bummt, ist das Herz gesund. Lass liegen, was nicht laufen kann. Manchmal muss raus, was man nicht halten kann. Meine Oma hat immer gesagt, wenn das Arschall bummt, ist das Herz gesund. Meine Oma hat immer gesagt, wenn das Arschall bummt, ist das Herz gesund. Das gallardanlier gesagt, wenn das Arschall bummt. Ich will das Mal.